so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die hydra von argento mit fast 500 gramm netto explosivmasse ist eine batterie wo ich mich wunder warum ich die noch nicht hatte ist so dieses selbe bautyp von der picasso ein bisschen kompakter aber auch schon riesengroß und hier haben wir wirklich eine verdammt interessante fächerung also ich rede hier wirklich von dem i-shape ich rede hier von einem v v-shape und einem w-shape also wirklich du hast hier alles dabei sind wirklich sehr interessanter batterie wir gucken uns das jetzt mal an durch und durch gold natürlich ist das thema hier in dieser batterie und das gefällt mir natürlich bei argento und funke sehr gut genau ich würde mal sagen wir gehen jetzt raus und zünden mal dieses dicke gerät ist schon sehr sehr schwer viel spaß mit der hydra von argento so leute jetzt gibt es die argento hydra ich bin super super pappt sehr gespannt gold in wunderschönen fächervariationen so Das war's. Boah, das Gold! Junge! Also wenn das nix war, Leute.